So, weiter geht's mit dem Spiel und wir sind gerade in einer tollen, blutigen Gegend und wir müssen irgendwo hin. Haben wir eine Karte? Nein, wir haben keine Karte. Was ist da drin? Nichts. Nichts. Ähm. Ich muss mein Sound wieder lauter machen. Ähm, ihr seht schon, die Apokalypse hat hier ziemlich viel runtergezogen und... Ja. Okay, wir müssen zu, äh, Zensierstrich Interactive gehen. Das sieht doch schon sehr danach aus. Oder? Nein, es ist zu. Traurig, 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 traurig. Oh, hallo, Waffe. Ähm, da ist es doch. Weil sie doch richtig, oder? Ja, ich glaub schon. Ich glaub auf jeden Fall, dass wir hier hin müssen. Und eine Ladezone, das kann nichts Schlechtes bedeuten. Denn hier sind Ladezonen immer gut und lieb. Ja. Ich kann noch nicht deuten, was das für eine Firma sein soll. Ne, kann ich nicht sagen. Wenn es jemand weiß, dann schreibt es in die Comments. Okay. Ich weiß nicht, kann man irgendwie hinter den Strich gucken. Nein. Hm. Ich weiß es nicht. Rede mit mir. Telefon. Hi. Oh, das kennen wir doch. Hä, was ist los? Was ist hier los? Warum rennen die mir hinterher? Wollen die mir helfen? Ich geh einfach mal hier in der Marketing. Wahrscheinlich da. Oh, das kann nicht gut sein. Oh. 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 Nochmal. Okay, wir brauchen, glaube ich, Leben. Ah, das ist das. Das ist alles sehr verwirrend. Äh, ich packe mal die Waffen weg. Oh, oh. Warum schießen die jetzt auf mich? Ich kann nicht, dass die Waffen nicht aufpacken sollen. Verdammt. Ow. Oh, das kann nicht gut sein. So. Oh, weg hier. Und jetzt kann ich die Musik sehen. Ah, okay. Ich dachte gerade, er greift mich jetzt an und ich sterbe. Aber anscheinend nicht. Oh, das kann das machen. Oh, okay. Hey, was ist denn hier lang? Hey. Get out, you freak! Ja, okay. Hey, du hast Geld. Und keine Zähne mehr. Traurig, traurig. das haben die alle vier Probleme ich bin nur nur hier weil ich hier sein muss das Spiel will es so ich hing fest ne doch nicht das will er der der Vermittstädte und so wie es da es ziemlich wie das kann man ja mal wegwischen nicht nur die Schilder da rummachen ich will das von einem Fraß ich glaube die mögen es nicht wenn ich auf dem Tisch rumlaufe verständlich davon habe ich schon einen ja okay hier ist Becken oh hey hier lang hier lang hier lang uh die brauche ich vielleicht zum pack die ein ich will jetzt nicht rauchen ich habe volles Leben so wo lang muss ich da lang da geht die Tür auf und zu jetzt geht sie nicht mehr auf so geht die auf nö da geht nichts auf warum beschießt ihr mich ich mach doch gar nichts oh mein Gott ich mach mir selbst schon an schnell weg hier wohin muss ich ah cutscene okay die schießen noch rein hm schönes Zimmer alter geht weg und ziemlich viele Hispacks was gut ist denn ich habe bestimmt wenig Leben wenn die dann dauernd auf mich raufballern oh was schneit na Geld uh bei dem regnet es Geld und was dampft da auf der Treppe mal sehen wer ist der Typ ja hört jetzt auf damit oh mein Gott guck dich das Bild an oh mein Gott cool wow meine Augen ein tolles Plan da, Mann je schau Herr Desi ist auf Lauf 1 schau ich will mich um den Goldmeister zu holen Gold, was? hey Mann hier ist nicht ein Goldmeister hier hier ist nicht ein Goldmeister hier ist nicht ein Goldmeister within 100 Mils Vince ist einfach crazy und insane ich hab nie nie Goldmeister und ich definitiv nicht auf Lauf Coins ich bin ich bin ich bin auf Lauf some damn liar Vince nie nie schau ich schau Eine Fake-Wilson von Shazer Payne? Oh, ja! Big man with a gun! Okay, we can do this the fun way. Hey, that's my gold master that I don't have! Give it back! Security! Okay, es sieht so aus, ob die uns jetzt nicht mehr mögen würden. Und ich muss natürlich rausrennen. Definitiv brauchen wir mehr davon. Ja. Oh, sehr viel Schaden machen die mir. Ich hab noch 10 und ich komm nicht mehr raus, ist klar. Was? Hä? Wie soll ich denn da rauskommen? Bitte sagt er, ist da gleich wieder? Nein, natürlich nicht! Natürlich nicht! Oh mein Gott! Oh, ich kann alles normal machen. Ach so, weil ich die Waffen geklaut hab wahrscheinlich. Wollen die jetzt irgendwas? Fire! Das kann nicht gut sein. Äh, wo ging's raus? Wo ging's raus? Wahrscheinlich direkt auf der anderen Seite. Da ist wo, wo ich grad nicht bin. Hey, wo ging's raus? Was? Was? Wir sehen? Da ist nichts. Da ist ein Colonel Gary Coleman! Ach da! Ausgang! Mann, durch diese Wände sieht doch alles gleich aus! Und schnell raus hier! Die Musik! Ich hab' geschlossen! Ich hab' geschlossen! Ich hab' geschlossen! Ich hab' geschlossen! Alle Türen! Weil ich bin ja vorne auch nicht rausgekommen! Das ist nicht gut! Beweg dich! Immer weiter! Immer weiter! Hallo Mann! Hallo Frau! Tut mir leid! Hallo Mann! Da geht's nicht lang! Also müssen wir da lang! Dieses lineare Spiel! Oh mein Gott! Das ist ja auch schon! Und ich werd' gleich mal SAVE! 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 Gucken, können wir jetzt irgendwie überspringen? Ah, das geht nicht! Müssen wir uns noch mal angucken! Es regnet geil! Ein schönes Zimmer! Poste, mach deinen langen Weg nach vorne! Immer weiter! Immer weiter! Vielleicht werd' ich auch im Rest rausschneiden müssen, denn wir haben keine Zeit mehr! Gegen die Cut ziehen! Ich weiß es nicht mehr genau! Aber so kann ich sie immer wenigstens noch mal anhören! Weil vorhin hab' ich nicht viel verstanden! Weil... Wegen Boxen! Weil wenn ich die jetzt zu laut hab' dann höre ich auch das rauscht mal mit dem Mikrofon und das ist nicht so schön! Das rauscht ziemlich doll und ihr hört das nur nicht so doll, weil hier noch In-Game-Sound da drin ist! Nur mal zur Info! Oh, die ist bild! Bild! Okay! Bild Bild! Meine Augen! Ein schönes Plan da, Mann! Jeez! Okay, ich würd' mal sagen, ich mach den Cut und wir sehen's danach wieder! Wir haben keine Zeit mehr! Bis dann! Wir sind die Zeit mehr! Ich bin von ihnen von ihnen! Wir sind die Zeit mehr, und wir haben einen Moment mehr, dass der kennt das